Sehr geehrte Damen und Herren, neben einer evangelischen Kirche, dann ist es erlaubt, einmal daran zu erinnern, dass wir in 27 Tagen ein ganz, ganz großes Fest feiern. Und zwar das Reformationsfest. Es ist ja nicht umsonst eine evangelische Kirche hier geworden, neben der wir stehen dürfen, sondern das hat ja alles einen geschichtlichen Hintergrund. Wie Sie wahrscheinlich noch aus der Schulzeit wissen, 95 Thesen wurden an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen und die erste These, das ist die These, die wirklich ist, voll und ganz in sich hat. Und aus dieser These möchte ich mal zitieren. Da unser Herr Jesus Christus spricht, tuet Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so soll das Leben eines Christenmenschen eine tägliche Buße sein. Die Frage, die sich für mich persönlich stellt, wenn der Reformator Dr. Martin Luther heute leben würde, würde er genau so diese 95 Thesen schreiben an der Schlosskirche, muss ja nicht unbedingt Wittenberg sein, es kann ja sein, dass er das hier an dieser Kirche gehämmert hätte oder hämmern würde. Die erste Frage, die daraus entsteht, ist, brauchen wir eigentlich wieder eine Reformation in Deutschland und haben wir es nötig, die erste These, die ich eben zitiert habe, in die Praxis umzusetzen? Das sind schon mal zwei Fragen. Die erste Frage möchte ich beantworten. Wir haben es sehr, sehr nötig, eine neue Reformation in Deutschland auszurufen, sehr, sehr nötig. Weil unser Land, moralisch sittlich, im Blick auf das sogenannte, wovon immer viele Menschen sprechen, von dem sogenannten christlichen Abendland, davon so viel übergeblieben ist. Wissen Sie, so viel wie, ich komme aus der Stadt Gelsenkirchen, da gibt es einen großen Fußballverein, Schalke 04, wir sind so weit von einem christlichen Abendland entfernt wie mein Verein von der Deutschen Meisterschaft. Lichtjahre. Das muss man einfach mal so deutlich sagen, Lichtjahre davon entfernt. Deshalb ist es manchmal Heuchelei, wenn wir von diesem Abendland, von diesem Erbe sprechen. Ich glaube, wir wissen gar nicht, von was wir eigentlich da reden. Also das ist das Erste, ich bin davon zutiefst überzeugt, eine Reformation zurück zur Bibel in ihrer Irrtungslosigkeit, inspiriert durch den Heiligen Geist, dahin wieder zurück, ist mehr als notwendig. Und das Zweite ist, braucht unser Land Buße. Auch davon bin ich überzeugt, dass das mehr als notwendig ist. Dass wir wieder in den Kirchen und in den Gemeinden und Freikirchen, Sie können sich jetzt aussuchen, was Sie wollen, dass da wieder in aller Regelmäßigkeit dazu aufgerufen werden sollte, was Matthäus 4, Vers 17 sagt, Tue Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Darum möchte ich als ein Knecht Jesu Christi und ein nachfolgendes Herrn Matthäus 4, Vers 17, Ihnen nochmal nachrufen. Warum? Wenn wir nur mal die zehn Gebote durchgehen und einfach mal einige Gebote ansprechen und miteinander darüber ins Gespräch kommen, dann können Sie sich selber die Antwort geben. Wenn ich nur das Gebot nehme, du sollst nicht lügen. Ich bin davon überzeugt, dass in Neukalen genauso viel an Lügner vorhanden sind, wie bei uns im Ruhrgebiet auch. Oder können Sie mir hundertprozentig vergewissern, dass Sie in Ihrem Leben noch nie gelogen haben. Vielleicht eine kleine Notlüge. Sie füllen die Steuererklärung aus und da geht es dann darum, wie viele Kilometer sind Sie von Ihrem Heimatort zum Arbeitsort gefahren. Sie wissen eigentlich fünf und sagen, wenn ich zehn eintrage, kriege ich das Doppelte. Dann ist das eine Lüge. Oder wenn wir das Gebot nehmen, du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn Sie sagen, habe ich noch nie, noch nie gemacht, bin immer bei meiner Frau geblieben. Das kann sogar sein, das stimmt. Aber vielleicht können Sie sich noch an den heißen Sommermonaten erinnern und wenn dann so eine heiße Biene an Ihren Augen vorbeigegangen ist und Sie den Gedanken gepflegt haben, die würde ich auch nicht von meiner Bettkante stoßen, dann sagt Jesus Christus ganz eindeutig, das ist Ehebruch, Hurerei. Also auch da, ich muss es mir als erstes predigen, kommen wir nicht klar, haben wir auch das Gebot gebrochen. Und wenn wir jetzt noch das Gebot dazu nehmen, du sollst den Feiertag heiligen und da auch noch einmal in uns gehen, dann werden wir feststellen, oh Mann, da kriegen wir auch nicht viel zusammen, wo wir sagen können, auch das hat mich total eingehalten. Jetzt stehen wir mit der Frage im Raum, wenn wir die ganzen Gebote nicht einhalten, was machen wir denn? Dann kann ich Ihnen sagen, eigentlich haben wir bei Gott null Chance. Und eigentlich ist das dann ganz eindeutig so, dass dann es nur noch heißt, absolutes Verderben, Hölle ist angesagt. Ja, das ist richtig, genau so sieht es aus. Dann ist die Hölle angesagt, stimmt. Aber Gott ist das nicht egal. Gott sagt auch nicht, ja gut, dann haben die Menschen jetzt Pech gehabt, die können meine Gebote nicht erfüllen, ab in die ewige Verdammnis. Dann könnten wir hier einpacken, dann könnte Andreas die Traktatkiste wieder hier ins Auto stellen und sagen, das war es von der Herrlichkeit, Thema ist durch. Dann hätten wir keine Lösungsvorschläge für sie. Aber vor 2000 Jahren hat dann ein Ort etwas stattgefunden, und dieser Ort heißt Dolgatha. Da ist der Sohn Gottes für die Schuld und für die Sünde der Welt ans Kreuz gegangen und hat bezahlt. Er ist für uns zur Sünde geworden, obwohl er nichts, aber auch gar nichts mit Sünde zu tun hatte. Er hat alles bezahlt. Und das ist die entscheidende Brücke, wo wir rüber müssen, um wieder Frieden mit Gott zu bekommen. Darum sagt Jesus Christus bewusst und zu Recht von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum sagt er zu Recht von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und bei diesem Sohn Gottes, der zugleich Menschensohn ist, da müssen sie ihre Knie beugen, zu diesem Ort, Golgatha, müssen sie hin und müssen ihre Schuld und Sünde vor ihnen bekennen. Diese Bankrotterklärung unterschreiben, damit sie wunderbar über diese Brücke gehen können und Frieden mit Gott finden. Deshalb sind wir heute hier. Kommen Sie bitte vorbei. Sie sehen hier, wir haben einen kleinen Büchertisch aufgebaut mit bibeltreuer Literatur. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Gott möchte Sie segnen und Gott möchte Sie diesen wunderschönen Ort mit Kahlen segnen. Alles Gute, Gottes Segen. Amen. Amen. Amen.